Kappadokien. Ein Reiseziel, das schon so lange auf unserer Wunschliste steht. Trotz miserabler Wetteraussicht nahmen wir diesen Weg auf uns. Und was soll man sagen? Das Wetter war wirklich bescheiden. Was wir aber besonders seit der Reise gelernt haben, macht aus allen Situationen das Beste. Wir buchten also ein Hotel, da selbst tagsüber die Plusgrade nicht erreicht wurden. Die Landschaft ist einzigartig, aber seht selbst und begleitet uns auf der Reise durch Kappadokien. Also bis jetzt nichts. Auch wenn wir uns selber Starthilfe geben, kommt nichts. Hi, wir sind Tobi, Sarah und Rio. Ende August haben wir unsere Jobs gekündigt und sind seitdem mit unserem 40 Jahre alten Wohnmobil auf Reisen. Steigt ein und begleitet uns. Wir sind jetzt am Abzweig, wo sich die Mautstraße von der anderen Straße trennt. Und da es jetzt anfängt hier zu schneien, haben wir beschlossen, wir kaufen uns jetzt so ein Mautticket und fahren über die Mautstraße weiter. Weil wir einfach keine Lust haben hier durch die Berge zu tuckern. Dann kommen wir ewig nicht an. Und gerade wenn jetzt das Wetter schlechter wird und unser Zimmer ab 13 Uhr bezugsbereit ist, das heißt ab 13 Uhr hätten wir theoretisch eine warme Dusche, fahren wir jetzt dann über die Mautstraße, fahren jetzt erstmal 6 Kilometer zurück, kaufen uns das Ding und dann geht es weiter Richtung Cappadokien. Wir sind gleich da in 13 Kilometer und ja, was soll man sagen, es ist eingeschnallt. Wir sind jetzt an einem Hotel angekommen. Mit Rio, der es kaum noch erwarten kann, die Stadt zu erkunden. Wir waren gerade schon draußen und er hat sich mega über den Schnee gefreut. Das ist so süß. Und ja, Sarah ist gerade am einchecken. Und dann schauen wir uns mal das Zimmer an. Übrigens Graupilz hier. Ich zeige es euch mal. Ich hoffe, man sieht es durch die Scheibe. Nicht so geiles Wetter. Wir sind jetzt im Hotelzimmer und es ist so warm, das sind wir gar nicht mehr gewohnt. Und Rio war sehr vorsichtig beim ersten Mal in feste Wohnung rein. Das kennt er ja nicht. Aber ich glaube, er wird vor allem den Teppich hier ziemlich gut finden vom Bett. Das Bett schaut auch richtig schön süß aus. Und morgen, beziehungsweise in den nächsten Tagen, kann man hier angeblich die Belongs sehen. Aber je nach Wetter und Lust, werden wir da eher mit dem Auto irgendwo hinfahren und das dann dort vor Ort anschauen. Tobi wurde heute überrascht. Ja. Nicht von mir. Von Sarah habe ich gar nichts bekommen. Doch, ganz viel Liebe. Nee, die habe ich auch noch nicht bekommen. Ich musste selbst zum Bäcker alleine gehen. Damit du dir was aussuchen kannst. Nee, es hat schon alles gepasst. Wir schenken uns nämlich nichts mehr, sondern gehen lieber zusammen mal essen oder so. Aber Ute und Björn sind ja auch hier im Hotel. Und die haben mir einen Schokokuchen geschenkt. Damit kann ich halt nicht mithalten. Ziemlich geil ausschaut. Und den werden wir jetzt gleich noch zu viert essen. Zu viert, nicht zu fünft. Und wir wissen allerdings alle nicht, was er gefüllt ist. Der schaut gut aus und der riecht so gut. Er schaut richtig gut aus. Und der wird so süß sein. Oh ja. Aber wir freuen uns drauf. Und das schaut aus wie so ein Messer, was da drin ist. Und morgen, also wir haben jetzt schon, wir waren hier auf dem Aussichtspunkt und haben uns Kappadokien schon mal so auf den ersten Eindruck angeschaut. Das ist super schön. Und morgen oder übermorgen schauen wir, oder hoffen wir, dass die Ballons starten. Und werden dann auch mal hier um die, in den, äh... Ja, durch das Tal sozusagen. Und wir freuen uns schon mega drauf, weil von oben ist es so hammerschön. Das kann man sich kaum vorstellen. Also wir konnten es uns nicht vorstellen. Seid ihr alle bereit? Ja. Nein. Oh, ich dachte, das ist knackhart, aber es ist richtig schön weich. Oho. Cool. Wow. Du hast es kaputt gemacht. Oh nein, es versenkt sich. Das ist ein Schokoladenmesser, das muss man rausholen. Das war eigentlich zum Schneiden. Genau. Das freut ihr auch noch zu, ja. Ich bin gespannt, ob das Zerstörungsfall rauskommt. Ja, hallo. Sehr gut. Uhu. Boah, der schaut richtig gut aus. Habe ich auch mal laufen, natürlich. Ich darf mal drauf fressen. Geburtsdaskin, dann wagt es nicht. Geh mal weg. Ja, komm mal, das ist so eine Art Schoko und Schoko. Das Richtige fürs Geburtstagskind. So, wir sind jetzt nochmal losgezogen und zwar gehen wir essen. Ja, mal wieder. Ja, sonst hätten wir uns jetzt nicht mehr in die Kälte gewagt. Und natürlich haben wir auch den ersten Schrasen und Samyla getroffen. Hier. Aber der ist lieb. Hier. Und ja, die Ute kommt auch mit, Björn eventuell. Na, er war noch am Schlaf. Und wir wissen noch gar nicht, wohin wir gehen. Was ist das jetzt, was ihr habt? Ein brennender Topf. Okay. Das ist der Kieber. Der Kieber. Ich glaube, irgendwann kommen die und schlagen das auf. Und schütten sie auf den Kieber. Achso, das bleibt jetzt brennen. Okay, also wir essen jetzt schon. Unser Pieder und ihr wartet. Wir warten. Oh, Ute, ich weiß ja nicht. Ute? Nicht so doll. Ja? Warte, jetzt. Ute, doller. Ich hab Angst. Warte, geht schon kaputt. Heute sind wir ja in Gürrime und Sachen sind gepackt. Wir sind dick angezogen oder dicker. Und jetzt geht's raus und wir wollen das Rose Rally ein bisschen erkunden. Es hat heute Nacht geschneit. Mal wieder oder stärker. Und aktuell haben wir minus vier Grad mit Wind. Also, ja, ich freue mich es zu sehen, aber ich freue mich nicht zu frieren. Was ich super cool finde, das muss ich unbedingt noch mal sagen, wir haben das Zimmer gebucht. Und, äh, oder das Hotel. Und es stand nichts mit Haustieren da und wir haben mal nachgefragt. Also eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass Hunde dann eh nicht reinkommen. Und dann hab ich nachgefragt und sie gesagt, ja, ist kein Problem. Er darf halt nur nicht in öffentliche Räume und das ist ja egal. Und, äh, find ich cool. Auch mit den Ausgabungsstätten, da durfte er ja jetzt auch immer mit. Wir waren jetzt gerade am Rose Rally Aussichtspunkt und werden von diversen Straßen begleitet. Es ist ein bisschen anstrengend, seit Gören wir verfolgen uns zwei Hunde. Und einer ist super aufdringlich und total dominant und nervig. Und sobald wir irgendwo sind, wo Hunde sind, kommen die jetzt alle mit. Und wir sind hier wie so ein gefühltes Rudel. Ja, und jetzt gehen wir einfach ein bisschen durch diese Felsformationen noch hindurch und genießen die Landschaft hier. Das ist schon unbeschreiblich schön. In der Zeit, wo wir jetzt gefilmt haben, haben Ute und Björn auf Rio aufgepasst. Und Rio wird gerade mal wieder von dem Schwarzen bedrängt. Und was natürlich nicht fehlen darf, die Quotz. Und jetzt, die herkommt. Juhu. Cool. Wo führt ihr uns hin? Gott, ist das klein. Aus. Wo kam ich hin? Na, woher geht's noch höher. Na, cool. Sehr toll. Ja, wie überall. Wie es sich gehört, warten die Hunde draußen. Hallo, Buddy. Wir haben jetzt hier noch eine Höhlenwohnung gefunden. Und die sind richtig schön. Vor allem, man kann überall reingehen. Die Höhlenwohnungen sind richtig cool. Oder die ganze Gegend ist richtig cool. Aber der Tourismus, das ist so krass. Wir sind jetzt in der krassen Nebensaison hier. Und es ist trotzdem so voll. Und man kann von Parkplätzen nur erahnen, wie groß, äh, wie voll das insgesamt wird. Aber es schaut einfach wirklich richtig spektakulär aus. Und wenn man das so sieht. Hier, jetzt komm ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie kommen wir denn hier rein? Okay. Uah. So. Ich glaube, ich komme da nicht hoch. Doch, du kommst da hoch. Soll ich dir helfen? Nein. Ja, ja, ja. Perfekt. Super. Oh, das ist schon cool. Oh, das ist ja cool. Gerade sind zwei Reiter gekommen. Und der schwarze Hund, der uns schon die ganze Zeit, oder bei uns sehr aufdringlich war, ist jetzt die Pferde angegangen. Und die eine Reiterin, oder, war das, ja, ist egal, ähm, hat jetzt eine Leine drum gemacht und hat den Hund mitgenommen. Ja, und das heißt, also. Davor hat Björn noch probiert, den zwei Reitern zu helfen, und wir waren noch zu weit weg. Aber, äh, es war keine Chance, er hat gekleppt. Björn ist hin, hat, probiert ihr einfach so ein bisschen, ja, abzuschirmen. Ja. Also wir haben vorher ja auch versucht, ihn irgendwie, äh, Ria, schon mal her. Ja, zu verdrängen. Und klar zu machen, dass er weg soll, aber keine Chance. Du machst es gut. Und jetzt, äh, haben wir dann zumindest die Ruhe. Und ich denke mal, für die Pferde ist es wahrscheinlich auch das Beste. Weil vorher sah es auch schon so aus, als ob er andere Pferde, äh, also auf die Zug stürmen will. Da hat es Ute geschafft, den noch abzuhalten. Aber ja. Ja, das geht gar nicht. Ich glaube, jetzt kann man den Ausdruck auch mehr genießen. Jetzt ist noch die Mutter hier mit dem Welpen, die hier gerade reingeschaut hat. Die ist super nett. Die ist super lieb und die Welpe ist auch super lieb. Wo ist sie? Da ist sie. Bisher waren jetzt alle, ähm, ja, Formationen spitz. Und da hinten sind sie jetzt total rund. Und das schaut total schön aus, weil der Schnee so drauf liegen bleibt. Wir waren jetzt die zweite Nacht im Hotel und nachdem gestern Morgen Schneeschauer war und die Ballons nicht gefahren sind, ist heute eigentlich super Wetter. Aber es starten sie trotzdem nicht. Jetzt hoffen wir noch auf morgen. Heute haben wir super viel vor. Wir machen Love Valley, ein Freilichtmuseum und eine Stadt im Untergrund. Und, ähm, ja, wir freuen uns, die Gegend zu erkunden. Heute hat Ute auch Geburtstag, deswegen dürfen wir bei dir mitfahren und sie nehmen uns mit. Und, ja, wir sind gespannt, was wir heute alles entdecken werden in Kappadokien. So, wir sind jetzt oben beim Love Valley und es ist schon sehr touristisch hier. Die Aussicht ist schön, aber, ja, wir dachten, wir fahren unten hin. Irgendwann sind wir oben rausgekommen. Ähm, haben 20 TL Eindruck gezahlt. Rio, Rio, bingo, bingo. Äh, soll ich bingo sagen, weil er Pferde noch nicht so gut kennt hat. Und die haben gerne alles, was er nicht kennt, gerne gerne. Wie ein guter Herrschutzhund das macht. Und, ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir nachher nochmal runterfahren oder ob es dann direkt weitergeht. Aber vom Wetter haben wir auf jeden Fall sehr viel Glück dafür, dass heute nur eine Stunde Sonne angesagt war. Auch wenn keine Balance gestartet sind. Wir sind hier im Love Valley und gehen jetzt hier durch das Tal durch. Wir waren erst oben auf der Aufsichtsplattform, aber ich finde, zwischen hier durchzugehen ist viel spektakulärer. Also in unserem Sinn. Oben war auch relativ viel los. Auch natürlich mit auf dem Camille sitzen für ein Foto oder Pferd. Aber hier sind wir jetzt alleine und gehen hier einfach durch das Tal durch. froh, aż die 오늘. Foto oder Pferde Bis zum nächsten Mal. Genau, nach dem Love Valley werden wir jetzt gleich noch ins Freilichtmuseum fahren, wo man angeblich noch in die verschiedenen Formationen ein bisschen reingehen kann und teilweise sogar noch Kirchen drin enthalten sind. Soweit wir wissen, darf man aber nicht fotografieren wegen den ganzen Gemälden. Hier kannst du Ria mal was suchen lassen. Mir sind ein paar rausgefallen. Reus, such. Such. Ein paar. Das ist ein halbes Essen bei ihm. Reus, such. Alles voll. Boah, alter. Such. 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 Selbst bei der im Schuh war er eben. Oh ja. Guten Morgen. Heute war jetzt die, wievielte Nacht, Sarah? Dritte. Im Hotel. Und wir haben schon wieder keine Balance gesehen. Wir haben jetzt eine Internetseite bekommen, wo man nachschauen kann, ob die immer fliegen. Zu eurer Info, die heißt SHM und die betrifft auch das Gebiet Pamukkale, Fethiye, noch was und eben Kapadokien. Genau. Das ist dann einfach auf der Webseite den entsprechenden Bereich anklicken und für den ihr es wissen wollt. Und dann steht da mit Flaggen auf Englisch, ob sie fliegen oder nicht. Es war bis kurz vor halb sieben heute Morgen auf Standby und dann ist er auf rot umgesprungen und wurde alles abgesagt. Jetzt hoffen wir, dass, also heute verlassen wir das Hotel und stellen uns jetzt mit dem Auto irgendwo hier in die Gegend. Und wir hoffen natürlich, dass dann zumindest morgen die Ballons fliegen, weil in den nächsten Tagen müssen wir auf jeden Fall weiter, weil wir in Bulgarien zwei Freunde von uns treffen. Und deshalb haben wir jetzt gar nicht mehr so viel Zeit hier und hoffen natürlich, dass wir die Ballons sehen. Weil das ist ja eigentlich das Highlight hier in Kapadokien, neben den ganzen anderen Highlights, die wir schon gesehen haben. Und im Gegensatz zum Rio ist uns das nicht alles egal. Der Rio, der chillt lieber. So, wir haben jetzt soweit das Zimmer leergeräumt. Sarah hat noch meine Brille sauber gemacht. Und wir werden jetzt das schöne warme Hotel verlassen und die Freiheit in der Kälte eintauschen. Wird aber auch schön, je nachdem welchen Spot wir finden. So, ich lasse jetzt ein paar Mal vorglühen, weil es so kalt ist. Und dann hoffen wir, dass Sven anspringt. Sonst ist es ein Zeichen, dass wir im Hotel bleiben. Tut sich zwar schwer, aber es geht schon und. Der erste Versuch war schon mal nichts. Wie scheint, bleiben wir. Wollt ihr wirklich ohne Batterie minus 4? Krass machen? Aber wir parken einfach so, dass wir im Notfall bergab rollen. Er mag einfach nicht anspringen. Jetzt mal schauen. Also bis jetzt nichts, auch wenn wir uns selber Starthilfe geben, kommt nichts. Jetzt machen wir es über Björn und hoffen, dass wir da mehr Saft kriegen und es ausreicht. Juhu, wir lieben die Kälte. Sven auch. Okay. Sollen wir es noch mal probieren? Okay. Nee. Okay. So. Also, wie so oft ist der Anwender das Problem. Ich habe unsere Sicherheitsschalter nicht umgelegt. Und wir können sagen, der Diebstahlschutz funktioniert. Kaum hat man alles umgelegt und perfekt gemacht, geht's. Aber jetzt geht's los. Vielen Dank fürs Anschauen unseres Videos. Wir hoffen, es hat dir gefallen und freuen uns, wenn du uns unterstützt mit einem Like, Abo und oder Kommentar. Das nächste Mal bleiben wir noch in Cappadokien und machen uns weiterhin auf die Suche nach den Ballons, die wir bis jetzt leider nicht gesehen haben. Also es bleibt spannend, ob wir sie wirklich sehen oder nicht. Bis zum nächsten Mal. Es ist jetzt schon kalt und es ist 20 vor zwei und ich friere. Sie will aber nicht die Standheizung anmachen. Ich will noch nicht die Standheizung anmachen, weil wir uns gleich bewegen und dann wird's bestimmt besser. Und ich will auch die Jacke nicht anziehen, weil das ist blöd, wenn wir jetzt dann rausgehen und ich die Jacke schon anhatte. Also trinke ich jetzt den warmen Tee und dann bewegen wir uns und dann wird's wieder warm. Und gehen wir denn oder was machen wir denn als Bewegung? Wir gehen wandern im... Keine Ahnung. Es ist nicht das Red Valley. Nee, wir sind hier beim Aussichtspunkt aufs Rose Valley. Ja, beim Rose Valley. Also es ist, glaube ich, nicht so ein Valley, was sonst eingetragen ist, sondern so einzelne Felsformationen mit so alten Häuserchen. Und dann aber ein bisschen mehr vereinzelt als jetzt gestern. Aber man kann reingehen, glaube ich. Und das ist cool. Darauf freue ich mich. Und ich würde mich freuen, wenn wir morgen früh die Ballons sehen. Also wir stehen hier an einem Punkt, wo die normalerweise starten in der Früh. Und wir sind jetzt die letzten drei Tage um 6.30 Uhr aufgestanden, um zu schauen, weil wir noch nicht wussten, dass es die Webseite da gibt. Aber wenn die morgen steigen, dann werden die hier auf diesem Platz um 5.30 Uhr aufgebaut. Also kann Tobi aufstehen, schauen, ob die Ballons aufgebaut werden. Die Standhalzungen anmachen. Die Standhalzungen anmachen und mir Bescheid geben, ob es sich rentiert aufzustehen. Aber sie kann noch lachen. Das ist doch gut. Ja, stimmt. Schauen, ob ich eine Schneeflocke erwisch. Nee. Schade. Hier kommt jetzt der Wind wieder. Wir sind jetzt Rio. Hierher. Na toll. Die Linse ist verschwommen.